Die rufen mich dann an oder andere und fragen genau das so direkt ab. Herr Schmidt, der Kunde, dem ist es wichtig, dass sie intelligent sind. Sind sie intelligent? Und ihm ist es wichtig, dass sie auch einen PC besitzen und auch eine Maus und Tastatur und auch wissen, was HTML bedeutet und dass sie auch zuverlässig sind. Sind sie das? Sag mal, würdest du mich veräppeln mit solchen Fragen? Ich warte das nächste Mal, dass sie mich dann fragen. Herr Schmidt, sind sie ein Mensch? Weil der Kunde, der sucht einen Menschen. Genau das wäre so der nächste Punkt. Sind sie auch lebendig? Bis zum nächsten Mal.